Christian Dietl, Geschäftsführer Products BT Germany. Wie verändert das Internet die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, miteinander kommunizieren? Und inwieweit sind Sie ein Mitglied der sogenannten Webciety? Ich formuliere das eine sehr interessante Frage. Ich glaube, das ist ziemlich spannend und gerade hier auf der CeBIT. Mit dem, was wir machen oder für mich auch persönlich. Also ich glaube, ich nutze eigentlich das Internet uneingeschränkt und das ist fast das wichtigste Arbeitsmedium oder die Methodik, die ich bei mir habe. Sei es jetzt hier auf der Messe, wenn ich mir aktuelle Informationen über die Messe selber, was tut sich gerade im Büro, hole. Und auf der anderen Seite auch im Privatleben. Und nach der Messe ist ja auch noch ein gewisser Lebensanteil wichtig. Und ich habe jetzt zum Beispiel mir über die Möglichkeit, dass es das Internet gibt, einen Laptop mitgenommen mit einer eingebauten Webcam. Und heute Abend werde ich ganz intensiv mit meinen Freunden kommunizieren und auch mit meiner Frau, um mir von den aktuellen Neuigkeiten der CeBIT zu berichten. Und wir werden uns dann entsprechend austauschen, ein bisschen den Tag Revue passieren lassen und dann den morgigen Tag auch wieder gemeinsam planen. Und ich finde die Website, die ganze Community relativ spannend. Ich nutze die auch intensiv, um später dann die Blogs zu lesen, mir aktuelle Informationen zu holen, was so die wirklichen Highlights des Tages waren. Bereite das Ganze ein bisschen nach und werde mir dann für morgen auch interessante Themen raussuchen, bei denen ich dann speziell auch wieder ein Auge drauf werfe, beziehungsweise mir dann auch ein paar Dinge anschaue, warum das Ganze. Weil wir ja auch, wie Sie sich vorstellen können, am Stand extrem eingebunden sind und eigentlich kaum was über unsere eigenen Grenzen hinaus mitbekommen. Von daher ist es extrem wichtig, über so eine Community zu verfügen und sich ein paar aktuelle Informationen zu holen. Und das entspricht ja ziemlich genau der Definition von Work Anywhere, einem Produkt, was BT vertreibt. Auch auf den Punkt gebracht. Also von daher sieht man auch wieder, wie eng auf der einen Seite das Arbeitsleben und auf der anderen Seite das Privatleben zusammenhängen. Und wenn man das auch wirklich geschickt einsetzt, kann man für alle Bereiche des Lebens da Vorteile draus ziehen. Und das ist was, was Spaß macht und was auf der anderen Seite natürlich auch sicherstellt, dass man immer über die aktuellsten Informationen verfügt, die man so tatsächlich braucht. Dankeschön. Immer wieder gerne. Danke auch. 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 Danke auch.